Die Quanten- und Sterblichkeitstheorie. Sobald es um Quantenmechanik geht, verlieren viele Konzepte, anhand derer wir uns unsere Realität vorstellen, ihre Bedeutung. Dennoch wollen wir uns an den Rand des menschlichen Verständnisses begeben und... An den Rand des menschlichen Verständnisses und drüber hinaus, meine lieben Freunde, meditiert. Bis heute können Physiker jedoch nicht wirklich erklären, wie der Kollaps der Wellenfunktion zustande kommt. Also... Der Kollaps der Wellenfunktion... Tja, also das Doppelspaltexperiment sagt ja, dass es durch den Beobachter kollabiert, quasi. Schrödingers Katze wäre also selbst nach der Messung tot und lebendig zugleich. Digga, das ist mein Fuck, sein Vater. Es ist also selbst 100 Jahre nach der Entwicklung der Quantenmechanik, eines der größten Rätsel der Physik. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe ist da, oben im Chat natürlich. Und auch in meinem Herzen wird gesendet zu euch nach Hause. Gerne Daumen nach oben dalassen, Kommentarchen schreiben. Wäre ich euch auf jeden Fall dankbar. Und jetzt gehen wir rein ins nächste Video, welches heißt... Die Quantenunsterblichkeitstheorie. So. Quantenphysik, sehr interessantes Thema. Interessiert mich persönlich auch mega. Deswegen gehen wir natürlich auch in das Video rein. War auch im Discord drin. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal wieder ein paar mehr Videos in den Discord reinschicken würdet. Damit ich da eine Auswahl habe, welche Videos eventuell hier im Stream vorkommen. Liebe geht raus. Tut das gerne. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir ins Video rein. Let's go. Sobald es um Quantenmechanik geht, verlieren viele Konzepte, anhand derer wir uns unsere Realität vorstellen, ihre Bedeutung. Dies führt oft zu Gedankenspielen, die kaum oder manchmal sogar gar nicht zu beweisen sind. Das ist Schrödingers Katze, oder? Sehe ich das richtig? Dennoch wollen wir uns an den Rand des menschlichen Verständnisses begeben und... An den Rand des menschlichen Verständnisses und drüber hinaus, meine lieben Freunde. Meditiert. ...ein solches stark angefochtenes Gedankenspiel anschauen, in dem Katzen und Menschen unsterblich werden. Als Basis für unser Gedankenexperiment betrachten wir das Beispiel von Schrödingers Katze. Schrödingers Katze, das war doch... Da ist doch eine Katze im Karton, man weiß nicht, ob sie tot oder lebendig ist. Und solange man den Karton nicht öffnet, ist sie tot und lebendig, oder? Findet sich ein radioaktives Atom, ein Messgerät, eine Giftampulle und eine Katze in einer Box. Ah, okay. Ein radioaktives Atom, ein Messgerät, eine Giftampulle und eine Katze in einer Box. Das Atom wird dies vom Messgerät registriert, wodurch die Giftampulle zerstört und die Katze getötet wird. Ein Atom befindet sich naturgemäß aber in einem Überlagerungszustand von verschiedenen Zuständen. Das heißt, es kann sich an mehreren Orten gleichzeitig befinden, mit verschiedenen Geschwindigkeiten durch den Raum fliegen oder... Das ist schon wild, Digga. Es kann sich an mehreren Orten gleichzeitig befinden. Da ist der Kopf von vielen schon gefickt, oder? ...gleichzeitig zerfallen und nicht zerfallen sein. Die Summe all dieser möglichen Zustände bildet die Wellenfunktion, die das Quantenobjekt vollumfänglich beschreibt. Das ist auch das, was du rausbekommst mit dem Doppelspaltexperiment, ne? Diese Wellenfunktion. Auch das besagt die Mathematik hinter der Quantenmechanik. Dieses mathematische Gerüst wird heute von nahezu allen Physikern akzeptiert und verwendet, um komplexe Technologien wie Quantencomputer oder Kernfusionsreaktoren zu entwickeln. Wenn es jedoch darum geht, was genau uns die Mathematik der Quantenmechanik über die fundamentale Realität unserer Welt verrät, gehen die Meinungen weit auseinander. Ich hab da gestern auch ein Video gesehen bei Keanuš auf dem Kanal, ne? Bei Keanuš auf dem Kanal, da hab ich ein Video gesehen über, ähm, ob wir eventuell in einer Simulation leben. Da haben die auch genau dieses Doppelspaltexperiment angeführt, weil es natürlich so ist, dass wenn da ein Beobachter dabei ist, dass diese Wellenfunktion nicht mehr auftritt. Und das ist ja die krasse Sache. Also für alle Leute, die sich nicht mit dem Experiment auskennen, ihr könnt gerne das Video von mir reinziehen, die Realität hinter der Realität. Da haben wir komplett dieses Experiment auseinandergenommen. Und dieser Einfluss von dem Beobachter auf diese Atome, die da durch die Spalten durchgejagt werden, der könnte, der, der, also es gibt ein paar Leute, die daraus die Theorie schlussfolgern, dass wir eventuell in einer Simulation leben, weil es bei Videospielen genauso ist, dass nur wenn du zum Beispiel GTA spielst, alleine jetzt, nicht online, sondern alleine, und da die Mission durchmachst, dass nur die Welt geladen wird, wo du gerade hinguckst. Die andere Welt, also die Straße weiter und die anderen Straßen und was auch immer, die sind in dem Moment nicht geladen. Da ist nix, da ist einfach schwarz. Weißt du, nur wenn ein Beobachter da ist, wird die Welt geladen. Und durch dieses Doppelspalte-Experiment hat man halt gesehen, dass der Beobachter einen Einfluss auf das Verhalten der Atome hat. Und somit kann man schlussfolgern quasi, dass wir auch in einer Simulation leben. Das ist schon auf jeden Fall eine harte Geschichte. Die beiden bekanntesten Interpretationen der Quantenphysik sind die Kopenhagener Deutung und die viele Welteninterpretation. Bei der Kopenhagener Deutung kollabiert die Wellenfunktion genau dann, wenn man versucht zu messen, welcher Zustand tatsächlich vorliegt. Das ist das, das ist der Beobachter. Das heißt, zum Zeitpunkt der Messung entscheidet sich das Quantenobjekt spontan für einen konkreten Zustand, wie zum Beispiel für nicht zerfallen oder für zerfallen und somit für oder gegen das Leben der Katze. Wenn das Messgerät einmal pro Sekunde den Zustand des Atoms misst, entscheidet sich das Atom einmal pro Sekunde für einen Zustand. Jedes Mal könnte es zerfallen und die Katze töten. Je mehr Zeit vergeht, desto öfter kommt es zu dieser Entscheidung und desto wahrscheinlicher ist es somit insgesamt, dass sich das Atom in einem der Fälle für zerfallen entschieden hat. Bis heute können Physiker jedoch nicht wirklich erklären, wie der Kollaps der Wellenfunktion zustande kommt. Wie genau eine Messung ein Quantenobjekt zu einer konkreten Entscheidung für einen Zustand zwingt. Um dieses Problem zu umgehen, wurde die Viele-Welten-Interpretation entwickelt. Nach dieser Deutung gibt es überhaupt keinen Kollaps und das Quantenobjekt entscheidet sich zu keinem Zeitpunkt für einen konkreten Zustand. Stattdessen geht die Viele-Welten-Interpretation davon aus, dass sich unsere Welt bei jeder Entscheidung aufteilt und zwei verschiedene parallele Welten bildet. Das ist wild, Digga! Immer beide Zustände repräsentiert sind. Das heißt, dass immer jeweils ein Zustand in einem separaten Universum realisiert ist. Schrödingers Katze wäre also selbst nach der Messung tot und lebendig zugleich. Digga, das ist mein Fuck, sein Vater. Da Tom ständig zerfallen könnte, spalten sich die Welten auch ständig in neue Welten auf, die sich wiederum in eigene neue Welten aufspalten. Da sich die beiden Theorien in ihren Vorhersagen für konkrete Quantenexperimente nicht unterscheiden, wissen wir bis heute nicht, welche der beiden Interpretationen unsere Welt korrekt beschreibt. Und die verschwörungstheoretische Theorie ist halt das, was ich eben gesagt habe mit dem, wir leben in einer Simulation. Das ist natürlich nur eine Theorie, das hat der Typ in dem Video so erklärt, weil, ja, das ist eine coole Analogie, sag ich mal so. Aber ob das wirklich so ist, weiß man natürlich nicht. Aber ich finde es auch krass, dass Physiker nicht wissen, wie es halt wirklich ist so. Dass es halt alles immer noch Theorien sind, die man nicht wirklich beweisen oder belegen kann. Es ist also selbst 100 Jahre nach der Entwicklung der Quantenmechanik eines der größten Rätsel der Physik. Das ist so crazy, das ist krass. ... wir die Quantenmechanik korrekt deuten können. Doch denkt man Schrödingers Experiment weiter, sieht man, dass sich prinzipiell tatsächlich entscheiden lässt, welche der beiden Theorien wahr ist. Stellen wir uns vor, wir selbst seien in der Box und die radioaktiven Atome hätten eine Halbwertszeit von einer Sekunde. Das heißt, wir hätten eine 50-prozentige Chance, die nächste Sekunde zu überleben. Glücklicherweise überleben wir. Aber mit jeder Sekunde wird unser Überleben unwahrscheinlicher. Nach 10 Sekunden wird abgebrochen und wir haben den Versuch überlebt. Obwohl unsere Wahrscheinlichkeit, noch am Leben zu sein, bei 0,5 hoch 10, also nur 0,098 Prozent lag. Entweder hatten wir unglaubliches Glück, oder was passierte, war gar nicht so zufällig, wie wir dachten. Dies ist das Gedankenexperiment hinter der Quantenunsterblichkeitstheorie. Denn nur nach der Kopenhagener Deutung kommt es bei jedem Zerfall zu einer Entscheidung zwischen Leben und Tod. Und somit halbiert sich auch nur nach dieser Theorie mit jeder Sekunde die Wahrscheinlichkeit, den Versuch zu überleben. Nehmen wir dagegen an, dass die viele Welteninterpretation wahr ist, kommt man zu dem verblüffenden Ergebnis, dass man eigentlich unsterblich ist. Denn... Weil man in irgendeiner Dimension immer überlebt. Nächst dieser Theorie gibt es immer eine Welt, in der wir den Versuch überleben. Nur in genau dieser Welt können wir das Resultat überhaupt erst beobachten. In den Welten, in denen... Könnt ihr euch vorstellen, warum Physiker manchmal so ein bisschen durch sind, Digger? Weißt du, was ich meine? Wer sich mit solchen Sachen beschäftigt, das ist halt schon eine krasse Sache. Ich finde das sehr, sehr, sehr interessant. Und wenn man das studiert und da wirklich drin ist, dann ergibt einem das ganz neue Perspektiven auf Dinge. Also ich unterhalte mich auch mit Physikern extrem gerne. Wir nicht leben, können wir auch nicht beobachten. Also spielt es gar keine Rolle, ob es noch so unmöglich scheint, den Versuch zu überstehen. Aus unserer eigenen Perspektive sind wir unsterblich. Egal wie lange man das Experiment laufen lässt, wenn die viele Welteninterpretation wahr ist, überlebt man das Experiment zumindest in einer Welt mit hundertprozentiger Sicherheit. Während man also nach der Kopenhagener Deutung mit fast hundertprozentiger Sicherheit tot ist, wenn man das Experiment nur lange genug laufen lässt, überlebt man das Experiment gemäß der viele Welteninterpretation zumindest in einer Welt mit hundertprozentiger Sicherheit. Demnach würde jeder Insasse der Box, ob es nun Schrödingers Katze oder wer anders ist, aus eigener Perspektive unsterblich sein. Genau so wäre es möglich, zwischen den beiden Interpretationen der Quantenmechanik zu entscheiden. Man müsste sich nur selbst in die... Aber es gibt noch mehrere Interpretationen von der Quantenmechanik, logisch. ...gefährliche Box begeben und... Aber das sind alles Verschwörungstheoretiker, laut Wissenschaften. Glaube ich. Nach mehreren Tagen bis Wochen lebendig aus der Box heraus, kann man mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass die viele Welteninterpretation wahr ist und es tatsächlich Paralleluniversen gibt. Stirbt man dagegen, ist die Kopenhagener Deutung korrekt. Was denkt ihr, meine lieben Freunde? Wenn wir jetzt mal nur bei diesen beiden Theorien bleiben so. Viele Welteninterpretation oder Kopenhagener Deutung. Was sagt euch mehr zu? Viele Welten 1, Kopenhagen 2. Man wird es nur leider niemals erfahren. Ich küsse euer Herz, meine lieben Freunde. Krasses Video. Ich finde diese Quantenphysik so interessant. Wirklich. Also damit können wir uns echt ein bisschen mehr auseinandersetzen. Weil man kommt doch immer mehr rein, ne? Umso mehr Experimente man studiert. Schrödingers Katze. Doppelspaltexperiment. Umso mehr kriegt man ein Verständnis dafür, was eventuell abgeht. Also Quanten extrem interessant. Wirklich extrem interessant. Kopenhagener Deutung ist für mich verständlichste. Wir sind aber auch nur Fische. Geiler Typ, Bro. Fühl dich komplett, dass du dich da ein bisschen so, ja, feier ich. Bro, kein Plan, schwierig sich da festzulegen. Jaja, wir haben auch keine Ahnung, Bruder. Das musst du mit einem Physikstudenten auf jeden Fall oder mit einem Physiker besprechen. Aber ich finde so, wenn man ein bisschen in die Themen reinsteigt, da kann man auf jeden Fall was lernen. So ist es schon eine geile Sache auf jeden Fall. Jamboy sagt, es ist noch komplexer. Ich denke nicht, dass wir das in einer Theorie oder Modell herausbekommen. Ja, ey. Ich meine, hat er ja in dem Video selber auch gesagt, wie lange es diese Theorien schon gibt und wie lange sich schon mit dem Thema Quantenphysik auseinandergesetzt wird. Und dass es immer noch keinen Lösungsansatz gibt und mehrere Theorien gibt und neue Theorien aufgestellt werden. Das zeigt uns schon, wie komplex das Thema ist. Und die Frage ist, ob wir Menschen das überhaupt erklären können. Weißt du, was ich meine? Das ist die Sache. Auch vor allen Dingen mit dem logischen Verstand. Weil ich glaube, das, weil Quantenphysik befindet sich, glaube ich, auch außerhalb des logischen Verstandes. Und die meisten Physiker gehen halt mit einem logischen Verstand an die Nummer ran und dann ist es schwer. Ja, genau so sehe ich das auch, Jamo. Modelle sind ja nur da, um es mit Menschenverstand zu verstehen. Genau so ist es. Vielleicht übersteigt es das einfach. So.